Jemand hat alles ausgeschaltet. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Reg dich ab, du Drecks-Android! Geh! Was ist jetzt los? Sie sollten nicht hier sein. Zeit los. Ich bin fertig. Ich will Ihnen helfen. Nein. 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 Was ist das? Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Ich nehme die Gondel. 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 Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle ihr Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich aus. Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Dann ist Beten angesagt. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitatdeck ein. Den werden wir hier nicht verhindern. Auf keinen Fall. Nehmen Sie uns nicht auf die Ommenpreis, solle Mons hinterlassen Sie keinen Abfall. Finden Sie Sinclair, wir sollten uns auf keinen Fall auftreten. Haltestelle für Solomons Galerie. Die Kolonial Marshal Büro und Siegson Wohnbereiche. Ripley, wir sind im Marshal Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Beruhig dich, beruhig dich. Wir sind jetzt sicher, Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Wie geht's, Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlos Schiff? Die Anisidora. Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißgerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit ihm. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das gar nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf den Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich. Verdammt. Also, scheiße. Wir haben hier Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Punkt, Jack. Können Sie mich hören, Luis? Es lauscht ein bisschen, aber wir hören Sie mal auf. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster. Hab ich hier was für Sie? Ich hab leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Also, Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Was ist das? Wie, jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020